An der Pazifikküste Mexikos ist Hurricane Patricia auf Land getroffen. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie könnte der gewaltigste Hurricane auf dem amerikanischen Kontinent seit Beginn der Messungen sein. Im Bundesstaat Jalisco fiel heftiger Regen, meterhohe Wellen, trafen auf die Strände. Am Freitag waren laut mexikanischem Wetterdienst Windgeschwindigkeiten von bis zu 325 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Patricia bewegt sich nun in nordwestliche Richtung weiter. Auf den NASA-Bildern, aufgenommen von der internationalen Raumstation, ist zu sehen, wie weit sich der Wirbelsturm über dem Pazifik ausbreitete. Tausende Menschen suchten Schutz in Notunterkünften oder im Landesinneren. Schulen und Frachthilfen wurden geschlossen. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto wies die Bevölkerung per Twitter an, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Regierung verlegte Soldaten und Polizisten ins Gefahrengebiet. Aber die Lamke muss frontend schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020